Ich komm auf deine Jam, nehm dir das Mic up und spit los. Wir kenn uns nicht, glaub ich. Die gehört zum Inventar dazu. Alicia, Schwarz, das ist Bonzi. Hallo? Die beiden. Ich bin ne Frau. Jetzt aber. Die beiden kommen aus Stuttgart. Wir waren gestern ein bisschen feiert. Gib mir Chili con carne mit so richtig Tomate. Ich fress sogar Udo Jürgens, aber bitte mit Sahne. Alicia, hör mal jetzt da auf mit dem Kaffee trinken. Mach's dich mal nützlich ein bisschen, ne? Ja, das ist sehr nett. Und jetzt kommt wieder hier Hip-Hop-Horay ins Spiel. Ich hab euch gar nicht gesagt, was ist. Es ist nämlich eine Pfeffermühle. Das wusste ich hier gar nicht, ne? Also wenn ich an deine Hausfälberin denke, wird's mir echt heiß. Schorfe, Zucker. Dein Geld kommt noch. Ja, das geht so. So, Vanilleschote einmal halbieren. Und dann kratzen wir jetzt schön dieses Vanillemark raus. Ich würde mal sagen, Hip-Hop kann kochen, ne? Hora, Hip-Hop kann kochen. Ich bin gut. Macht essome auf.